Also, wenn ich trage, bin ich halt in die Sitte, dass ich wieder in die Stimmung komme. Oder gerne mit Freitag, ich tue halt was mit denen, oder fahre einkaufen, weil das klingt einfach immer in die Stimmung. Ähm, ja, oder schauen wir halt in den Film an. Also, ich bin halt immer nett, natürlich. Und ja, wenn man nett ist, wenn ich so andere auch meistens nett. Ja. Da freut mich wirklich nicht mehr.